Jawohl, Teddy, 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 Hilfe, Geh Hilfe, Geh Hilfe, Geh Hilfe, was nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück mit diesem komischen Bild jetzt hier gerade, wo wir irgendwo mittendrin hängen, zu einer Rollenrunde Minecraft Minigames. Wir spielen nochmal Castle Siege. Diesmal seht ihr aber die andere Seite. Wir sind Defender und können jetzt hier schön mit feilen Bogen. Aber irgendwie ist mein Ton weg. Warum ist denn mein Ton weg? Mein Spielton ist kaputt. Okay, ich muss jetzt erstmal von hier weg und gucken, meinen Spielton zu reparieren. Das machen wir jetzt sozusagen live. Oh, ich wurde hier schon ausgesperrt. Das ist aber sehr nett von euch. Okay. Ach, ich weiß warum. Ich muss mal kurz auf den Desktop. Ich hatte ihn ja selber ausgemacht, ich Idiot. So, da ist er wieder. So, live den Ton geändert. So, jetzt geht es schon wieder weiter. Muss auch mal sein. Ihr wisst ja hier bei Steamy ist. Oh Gott, die sind hier hinten schon durch, ey. Am Wasser. Alles ungeschnitten. Und ehrlich. Ja. Ja. Ah, da ist die Gäste. Oh, die sind hier unten auch schon durch. Äh. Von alle da rüber, warum auch immer. Das Problem ist, ich mache jetzt hier auf, damit ich abhauen kann. Ist mir scheißegal. Ach, ich kann das nicht abbauen, oder was? Ich stehe jetzt hier gefangen, oder was? Ah, da kommt ein Zombie. Äh. Ganz viele. Und die kommen hier auch schon hoch? Gut, ich kümmere mich hier in die Gäste. Ich schieße als auf diesen Eingang drauf. Ich schieße als einfach auf den Eingang drauf. Oh, ich treffe die ganze Zeit. Achtung, da hier oben sind welche, oben sind welche. Ah, da. Bam. Da kommt sogar ein Arche. Oh, da hast du ein Explosionsding. Ah, eine mit TNT. Hier oben ist einer. Gut runtergeschlagen. Ah, ich will nicht der. Boah, ich habe es überlebt. Oh, 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 oh. Ah, ich komme hier nicht wieder hoch, Mann. Ich bin wieder oben. Boah, ich bin gestorben. Was war denn das denn? Ich bin da nicht hochgekommen wegen diesen Gittern. Lebst du noch? Ich bin jetzt ein Wolf. Und als Wolf werde ich dir jetzt so richtig fertig machen. Ähm. Boah. Jetzt kann ich auch rausgehen. Weißt du noch, wie unsere letzte Zeit in der letzten Folge war? Weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß es nicht. Dann könnten wir jetzt sehen, ob wir besser oder schlecht. Wir haben nur den 102 Minuten auf jeden Fall. Ja, das weiß ich noch. Und ich weiß, dass ich ihn gekillt habe. Boah, ich habe den TNT zerstört. Gut. Sechs Minuten haben wir noch nicht. Ja, ich mache hier als Wolf. Ich bin hier vorne an der Front und hau ja drauf. Ich bin noch am Leben. Ich bin hier mit meinem Pfeilen. Ja. Hallo, die geht hoch. Ich sehe dich sogar da unten, oder? Ja, ne? Oh. Ich habe einen getötet, aber in acht Sekunden komme ich schon wieder. Und hau ja drauf, wo stehst du denn? Ach, da stehst du, Shady. Ja. Oh, da ist er mit TNT. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh Gott. Ich komme, ich beile mich. Nein, 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 ich will nicht sterben. Leute, nein, nein. Sterben ist immer schlecht. Ich hatte keine Pfeile mehr. Ich habe mich ja noch runtergebockt. Du bist gestorben. Ja. Das ist schlecht. Jetzt bin ich auch ein Hund. Wow, jetzt bin ich so schnell schon wieder gestorben. Ich habe ein Hund. Ich habe mal als Wolf weniger Leben. Habe ich das Gefühl? Du hast drei Leben, ja. Ja, das reguliert langsam halt. Lulululup. Muss man halt erstmal ein bisschen warten, bis man rausgeht. Wenn man eine Leiter hochläuft. Ja, das geht. Natürlich geht das. Du darfst uns doch nicht immer alles in Frage stellen. Oh. Buchst du das TNT? Ich sehe es nicht. Kommt rein. Direkt aufs TNT. Töte euch, ich töte euch alle. Hoffentlich nicht aus wie ein Wolf. Ich habe immer noch Weihnachten. Okay, ich bin im TNT gestorben, aber egal. Es war es wert. Stilp, stilp. Auf jeden Fall. Ich bin nicht bis zur Verteidigung gekommen. So, der King ist auf jeden Fall noch bei Full Life, aber ich habe das Gefühl. Wo ist das TNT? Oh, komm. Wird abgeschossen. Diese Zombies da, ne? Ich wurde weggesniped. So, auf. Direkt hier da vorne an die Front. Da rechts kommt das Wasser hoch. Das Wasser? Okay. Ich bin nicht gerade getötet. Da ist Ui. Ich gehe da runter und... Ja. Au drauf auf dieses Vieh. Okay, hier bin ich tot. Hier haben wir ihn tot. Okay. Da kommt der Nächste. Was hier drin warten? Hier kommen die so schlecht hoch. Ja. Hast du noch einer? Da hast du mich gleich tot. Oh, oh, oh. Noch drei Leben. Hängt er fest? Wir hauen hier einfach nur wieder zurück. Ah, ich bin tot. Das ist schlecht, wenn du tot bist. Ja, ja, ja. Da kommen noch mehr. Ja, ich probiere so... Oh, ich bin auch zerplatzt, Mann. Ist aber lustig, wie ich immer zerplatzt, ey. Wie wir diese rote Dinger rumspratzen. Splatter Minecraft. So, weiter geht's. Wir machen unsere Sache schon echt gut. So, das ist ja so ein ekelhaftes TNT. Okay, das ist da gut kaputt gegangen, wo es keinen Schaden gemacht hat. Ich bin natürlich wie immer dabei draufgegangen, aber ist es kaputt gegangen. Das ist wichtig. So, dreieinhalb Minuten, das schaffen wir. Das verteidigen wir. Wir haben noch 16 Defender, das ist echt gut. Das machen wir, das machen wir. Stimmy, holt das nach Hause. Mal wieder, ne? Ja, natürlich. Was würden die ohne uns tun? Minecraft spielen. Freulich. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja. Nein, ohne uns gibt es natürlich kein Minecraft, ja? Ja, auf jeden Fall. Ihr wisst ja, mein zweit Name ist Notch, ne? Und ich habe jetzt ewig viel Geld, weil ich Minecraft verkauft habe. Richtig. Google? Ne, Microsoft. Microsoft natürlich. Microsoft, ja. Deswegen gibt es auf der Xbox jetzt diese Sonder-Adventure-Missionen und so. Stirb, 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 stirb. Hör auf. Und wir sind ekelhaft, das TNT an. Ich hätte acht Leben mit meinem Dempropole. So, ich gehe dem TNT entgegen. Jawohl, es hat funktioniert, das TNT ist hochgegangen. Ich bin wie immer weit raufgegangen, aber das TNT ist hinüber. Weißt du das direkt das TNT an oder den Typen? Den Typen halt. Ja, der lässt sich umfallen, ne? Genau, das explodiert erst, wenn der Typ stirbt. Und zum Beispiel, die Steindinger gehen erst bei zwei Explosionen kaputt. Du siehst so, der Stein ändert sich so. Das ist erst so fester Stein, danach wird es so zerbrüsselter Stein. Kommt wieder ein TNT. Ah, die machen mich ganz schön fertig als Wolf, der hältst dir wirklich ja nichts aus. Ne, du musst ein bisschen, wenn du ein bisschen wartest. Na ja, gut, den Knochen, den Leckklick fressen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, oder was? So, komm, das TNT. Klappen wir uns. TNT? So, noch ein Leben. Ja, schon wieder tot. So, es sind sogar mehr Defenders als andere, die sind anscheinend alle rausgegangen, die haben schon aufgegeben. Das sieht stark nach einem GG für die Defenders aus. Ja, die sind wirklich gut da noch raus. Eineinhalb Minuten noch. So. Wo ist das ekelhafte TNT hier? Da rechts außen ist es. So. Das will bestimmt hier hochschwimmen. Ja, ja. Boom. Und ist da oben jetzt zu dir, okay. Egal, da stört es nicht so. Solange es kein Loch in die Wand zum König sprengt, ist alles in Ordnung. So, da kommt schon wieder eins an. Wo ist das? Ja. Die ist nicht... Oh, das ist da links. Kommt aber viele jetzt durch. Okay, ich bin tot. Eine Minute ist noch. Eine Minute müssen wir uns noch halten. Streng dich an, Janik. Streng dich an. Eine Minute nur noch. Ja, ich bin tot. So, jetzt lebe ich wieder. Tod ist hier keine Alternative. Weißt du, was ich meine? Ich brauche jede nichts zu machen, ne? Oh, ist der Tag. Leute, erfüllt halt. Oh, die Sonne geht auf. Was für ein romantisches Bild hier am Horizont. Da, TNT. Wow. Das TNT hole ich mir. Auf, TNT. Drauf, da, drauf, da, drauf, da, drauf, da. Bäää. Ich habe sogar getötet. Ich habe so die lila Giraffen getötet. Oh, da kommen sie nicht mehr so hoch. Jawohl, die haben jetzt ihre eigene Treppe kaputt gemacht, hä? Ja. Tja, kommt davon. So, noch acht. 28 Sekunden. Wow. Wir haben es geschafft. Super. Kommt schon die entspannte Minecraft-Mucke gerade bei mir. Oh, ich hänge jetzt hier so drin. Siehst du das? Oh man, ich hänge hier im Zaun drin. Was ist denn das für ein Scheiß? Noob. Wow. Ah, jetzt weiß ich, wie man durch den Zaun durchkommt. Man muss rechtsklick machen, dann kann man den kurz weg machen. Oh, das hätte ich mal wissen müssen. Ähm, ja, also. Oh, wow. Oh, jetzt stecke ich hier drin. Ich gucke jetzt hier zu. Ist dir egal, wir haben eh gewonnen. Oh, da kommt ein brennender Tommy. GG, 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 Steamy, win. Jawoll. Wunderbar. Jackson World Games hat es gegeben. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Castle Siege ist auf jeden Fall super cool. Das ist wirklich spaßig. Ja. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, würde ich sagen. Macht's gut. Eure Steamies. Ciao, ciao.